Hilgermissen hat eine alte Tradition. In dem niedersächsischen Dorf gibt es keine Straßennamen. Stattdessen reichen bisher einfach der Name des Ortsteils und eine Hausnummer. Da steht die 1 neben der 118, die 104 neben der 171. Das zusammen ergibt Streit und das ist... Der Brexit in Hilgermissen. Der Brexit in Hilgermissen. Straßennamen, ja oder nein? Es gehen hier Freundschaften kaputt durch dieses Theater. Ich brech diese Gespräche ab und will es nicht. Ich will gar nicht mehr diskutieren. Diesen Streit. Dagegen? Ich weiß nicht. Dagegen. Für Straßennamen. Pflegen die Menschen hier seit 20 Jahren. Nun gab es einen Bürgerentscheid. Und? Es werden keine Straßennamen in der Gemeinde Hilgermissen eingeführt. Das war's. Moment! Ist hier jetzt ewig Friede oder was? In zwei Jahren könnte das alles wieder gekippt werden, oder? Rein theoretisch, ja.